Aloha und willkommen. Echt? Dann wollen wir die Gentleman mal einchecken, ja? Ach du Scheiße, die Bude ist geil! Und es wird noch viel geiler. Hey, 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 wir sind nette Mädels, die nicht mit Ecstasy wedeln. In einem davon sind Multivitaminpillen. Ich kann aus dem hier Gras rauchen, ich kann aus dem hier Gras rauchen, ich kann aus dem hier Gras rauchen. Sieh dir die Lehrerin an, holt sich pflichtbewusst ihren täglichen Apfel. Guck mal, was sie von hinten für eine Persönlichkeit ausstrahlt. Sie ist, wie man so schön sagt, wohlgeformt. Sieh dir Maik an. Sieht aus wie ein Zerspiegelbild von einem hübscheren Kerl, nur dass er nicht dieser Kerl ist. Dave, es geht sowas von ab am Wochenende. Ich fass diesen Kerl das ganze Wochenende nicht an. Pass mal auf. Ich nähe mich aber fass ihn nicht an. Die haben so wunderschöne Blumen hier. Sie schickt gerade echt heftige Vibes rüber. Da krieg ich richtig Hunger, ich strech Butter auf ihre Brötchen. Das ist die Dimension.